Die Zeit ist die wichtigste Zutat im Rezept des Lebens. Wir wissen mit absoluter Gewissheit, dass Arten aussterben und andere sie ersetzen. Die Liebe zu allen Lebewesen ist die edelste Eigenschaft des Menschen. Aus dem Munde einer ausgezeichneten Persönlichkeit Lob zu erhalten ist, wenn schon dadurch die Eitelkeit angeregt wird, doch gut für einen jungen Mann, da es ihm hilft, auf dem rechten Weg zu bleiben. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderung reagiert. Wer auch nur eine Stunde seiner Zeit zu vergeuden wagt, hat den Wert des Lebens noch nicht erkannt. Moralische Kultur hat ihren höchsten Stand erreicht, wenn wir erkennen, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können. Werde nie der Freund irgendjemandes, den du nicht achten kannst. Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand. Wie geht's? Untertitelung des ZDF, 2020